Heute sprechen wir über die Bioverfügbarkeit von Vitamin E aus Juice Plus, Obst, Gemüse und Bärenkapseln und auch darüber, warum Vitamin E so wichtig ist. Bioverfügbarkeit bedeutet, dass die Nährstoffe, die man aus verschiedenen Nahrungsmitteln oder Supplementen konsumiert, in das Blut aufgenommen werden und zu den Zellen gelangen. Nur bioverfügbare Nährstoffe können gesundheitsfördernde Effekte erwirken. Es gibt mehr als 35 wissenschaftliche Publikationen zu klinischen Studien mit Juice Plus Kapseln, welche von unabhängigen Wissenschaftlern wichtiger Forschungsinstitutionen publiziert wurden. 23 dieser Studien haben die Bioverfügbarkeit verschiedener Mikronährstoffe aus Juice Plus bestätigt. 12 dieser Studien haben im Speziellen die Bioverfügbarkeit von Vitamin E aus Juice Plus Kapseln bestätigt. Unter Vitamin E verstehen wir eigentlich eine Gruppe von Mikronährstoffen, wovon Alpha- und Gamma-Docopherol jene Formen von Vitamin E sind, die am häufigsten in unserer Ernährung vorkommen. Wir bekommen diese Vitamine aus qualitativ hochwertigen pflanzlichen Ölen wie Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Distelöl. Aber auch Nüsse wie zum Beispiel Walnüsse, Haselnüsse oder Mandeln bzw. die Öle der Nüsse enthalten viel Vitamin E. Alpha-Docopherol wurde in den 1920er Jahren von amerikanischen Wissenschaftlern entdeckt. Bald darauf begannen die Forscher, diese Substanz als Vitamin E zu benennen, weil die Vitamine A, B, C und D zu dieser Zeit bereits entdeckt und als Vitamine benannt wurden. Die Hauptfunktion von Vitamin E im Körper besteht darin, beim Schutz der Zellen vor oxidativem Stress mitzuhelfen. Oxidativer Stress ist bekannterweise ein Ungleichgewicht zwischen Oxidantien und Antioxidantien im Körper. Oxidantien werden auch oft als sogenannte freie Radikale bezeichnet. Überwiegend die Oxidantien kann das zu Zellschädigungen führen, wenn zu wenige Antioxidantien wie Vitamin E zum Zellschutz zur Verfügung stehen. Man bezeichnet Vitamin E auch sowie andere Antioxidantien als Radikalfänger. Die Beweislage für diese Wirkung von Vitamin E ist so klar, dass internationale Fachgremien wie die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, genannt EFSA, anerkennen, dass Vitamin E zum Schutz der Zellen vor oxidativen Stress beiträgt. Selbstverständlich muss aber Vitamin E bio-verfügbar sein, um diese Wirkung zu erzielen. Kontrollierte klinische Studien, die an zwölf verschiedenen Universitäten durchgeführt wurden, berichten von einem deutlichen Anstieg von Vitamin E im Blut, nachdem Juice Plus, Obst, Gemüse und Beerenkapseln konsumiert wurden und zwar bereits nach einem Monat. Insgesamt wurden in diesen Studien immerhin mehr als 500 Personen beider Geschlechter und unterschiedlicher Altersgruppen untersucht. Wie Sie also feststellen können, ist die ausreichende Aufnahme von Vitamin E für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sehr wichtig. Juice Plus Kapseln liefern eine geprüfte, pflanzliche und bio-verfügbare Form von Vitamin E für unsere Ernährung.